Die kommen insgesamt aus meiner Familie 20 oder so, also schon viele. Wie oft kannst du die dann sehen jetzt während des Wochenendes? Ja, vielleicht kommen die für ein bisschen, vielleicht tatsächlich heute Abend kommen die ein bisschen. Aber ich weiß nicht, vielleicht wäre es auch nicht schlimm, wenn es morgen ist, also nach dem Spiel, wenn wir schon Barcelona geschlagen haben. Aber es wird definitiv sicherlich ein schwieriges Spiel morgen gegen Barcelona. Da muss natürlich alles klappen, so wie wir das Spiel gewinnen haben. Wird Rannwer dich eigentlich auch auf dem Zimmer besuchen dürfen oder gibt es keine Policy? Nein, da muss alles ganz spannend sein. Also ja, vielleicht sehe ich sie heute Abend, aber ich sehe sie definitiv natürlich morgen in die Halle. Und ja, es ist einfach voller Fokus auf das Spiel. Wie oft schätzt du denn eure Chancen ein, dass ihr hier mit dem Titel rausgeht? Also ich setze unsere Chancen gut. Na klar sind Barcelona, ich weiß nicht, ich habe gehört, die sind nicht eingeschlagen für wie viele Spiele? Fünf? Nein. Ja, also sehr lange nicht geschlagen in die Champions League. Aber wir haben auch gute Erfahrungen mit Barcelona, muss man auch sagen in die Superklub. Und vielleicht ist das, was uns hilft morgen. Aber wenn das ist irgendwas, was ich gelernt habe durch die Jahre, ist das alles kann passieren. Hier in Köln, in Champions League Final Four. Und ja, das werden wir einfach sehen. Ja. Ja.